Prof. Sucharit Back, seine Frau Dr. Carina Reis, mit der ich auch mal lange telefoniert habe, und Dr. Med. Wolfgang Wodak, mit dem ich ja beim Corona-Ausschuss Termin 12 lange gesprochen habe, sind jetzt auch bei die Basis, also Prominence ist da. Jetzt fehlt eigentlich nur noch Dr. Med. Bodo Schiffmann. Es sind alle Prominenten bei die Basis versammelt. Jetzt haben wir also Kompetenz genug. Jetzt fehlt nur noch die Kompetenz. Also leider Prominenz hoch, Kompetenz niedrig, was Reformkonzepte angeht. Denn alle die Prominenten, die da jetzt Mitglied sind, haben alle keine über 50-Jährige, 53-Jährige Erfahrung in der Entwicklung von Reformkonzepten, die die Wähler vom Stuhl oder vom Hocker reißen können und mitreißen könnten. Und das fehlt der Partei. Die Partei tritt bis jetzt auf mit Prominenz. Eigentlich müsste sie in jeder Talkshow auftreten mit Prominenz, gekoppelt mit der Kompetenz der Next Scientist for Future, .de vom Weltrat. Und da sie das nicht tut, fürchte ich nach wie vor, ist meine schlimmste Befürchtung nach wie vor, Sachsen-Anhalt 0,5 Prozent. Wir werden ja in einem Monat sehen, wie weit ich mich geirrt habe. Hoffentlich geirrt habe. Ich habe der Vorsitzenden, der Doppelspitze-Vorsitzenden, Diana Osterhage, auch unsere Besorgnismail geschickt, dass wir uns eben da und jetzt zum zweiten Mal geschickt, also dass wir uns Sorgen machen, dass es eben ja letztendlich nur mit Prominenz, ohne Kompetenz nicht reichen wird. Denn Reformenentwicklung und Reformendesign ist ein eigenes Feld, für das all die Prominenten leider keine Spezialisten sind, sondern nur die Next Scientist for Future vom Weltrat. Ja, das Endergebnis, einige der Tagesthemen heute. Endergebnis der Epoche der Aufklärung. Der Mensch von heute ist ein Lobbyist wie der Willen aller möglichen Sparten mit LWWW. Lobbyist wie der Willen Weltbild. Ja, wir haben also quasi die Erkenntnis gemacht, es ist nicht sinnvoll, darüber zu sprechen, wie das Weltbild der Next Scientist for Future ist. Übrigens hier unten rechts an dem rundlichen Ding bitte die Wunschgeschwindigkeit einstellen, weil ich ja wieder ganz langsam reden werde. Von allen Seiten, also ich zeige das mal am Schaubild, wie es funktioniert die Welt. Wieso ist der Mensch von heute, das neue Menschenbild sozusagen, wieso ist der Mensch von heute ein Lobbyist wie der Willen? Und das, wo wir doch alle sagen, wir wollen endlich mal eine Gesellschaft haben, in denen die Lobbyisten nicht so viel Einfluss haben. Also wieso sitzt der Lobbyismus in meinem Kopf? Ja, das mal kurz beschreiben hier. Ja, der entscheidende Punkt ist, dass wir in den letzten 400.000 oder mindestens 140.000, eventuell schon 400.000 Jahren, sich lauter Sparten entwickelt haben. Hier die Sozialsparten, die gefährlichste Sparte aller Sparten überhaupt. Die vorteilbringende Irrtümer, wo zufällig vorteilbringende Irrtümer per Mutation und Selektion, quasi nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion entstanden sind, die dazu führen, dass es mehr Sozialfälle gibt. Also vorteilbringende Irrtümer, die uns alle manipulieren dahin, dass wir falsche Politik machen und die dann dazu führen, dass wir hier im unteren Bereich der Gesellschaft lauter Sozialfälle, immer mehr Sozialfälle bekommen, an denen sich dann die Sozialberufler, die Sozialspartler inklusive der Arbeitsamtmitarbeiter bereichern können, größere Karriere machen können, stellen sich vor, welche Karriere diese Leute alle noch machen könnten, wenn es null Sozialfälle gäbe. Also das heißt, jede Sparte produziert sich seine Kundschaft und seine Arbeit und seine Aufgaben. Und dann haben wir hier die Gesundheitssparten und die, bei denen haben sich auch vorteilbringende Irrtümer evaluiert, die dazu führen, dass wir alle durchmanipuliert werden mit diesen vorteilbringenden Irrtümern und dann zu Lobbyisten, der Gesundheitssparten werden und dann zum Beispiel alle anderen auffordern, dazu, Menschen fordern andere Menschen auf, sie sollten sich Körperverletzungen unterziehen aus Rücksicht auf andere. Da war auch eine Sendung mit Gunnar Kaiser, die jetzt wohl auch in der Playlist sechs des besten Senders News und Talks für der Schwarze Stern zu finden ist. Nämlich wenn wir der Solidaritätsargument weiterdenken, dann wird irgendwann wegen der Solidaritätsarguments ein werden zwei Polizisten mit Maschinenpistole vor ihrer Haustür stehen und sagen aus Solidarität sie sind stark andere sind schwach müssen sie jetzt eine Niere spenden oder einen Teil ihrer Leber denn das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit haben wir schon aufgehoben das wird beendet also in dem Moment wo jetzt zum Beispiel die Menschen andere auffordern dass sie sich doch einer Körperverletzung unterziehen sollen aus Solidarität um die Schwachen zu schützen diese Körperverletzung wird nach und nach immer größer werden weil Evolutionsverläufe immer so weiter gehen und irgendwann werden wir es als normal empfinden dass wir aus Solidaritätsgründen weil wir ja so stark sind und andere so schwach sind uns gezwungen fühlen oder mit der Maschinenpistole gezwungen werden eine Niere spenden zu müssen das ist das sozusagen was am Ende steht ja also das heißt wir von allen Seiten von allen Sparten der Gesellschaft hier vielleicht die Rüstungssparten hier die Sparten innere Sicherheit ja alle Sparten der Gesellschaft die Bildungssparte alle Sparten der Gesellschaft senden in unsere Köpfer hinein ihre eigenen Vorteilbringenden Irrtümer und dadurch werden wir quasi verwandeln wir uns in Lobbyisten wie der Willen dieser Sparten dazu kommt noch dass wir vielleicht selber einer Sparte angehören und dann ebenso besonders stark dann die eigenen Vorteilbringenden Irrtümer im Kopf haben aber wir werden eigentlich ist der Mensch von heute kann gar nicht anders sein als dass er wie ein riesiges Fass angefüllt ist mit den Vorteilbringenden Irrtümern all der Sparten die hier draußen sitzen um möglichst viel von diesem Kuchen hier zu fressen ja möglichst viel zu profitieren ja und möglichst viel abzubeißen von diesem Kuchen ja ich lese mal weiter hier vor wir kommen nicht weiter wenn wir die Gehirnwäsche und Manipulationen in uns nicht thematisieren deswegen werde ich auch gleich unsere neu gestaltete Homepage vorlesen weil da haben ehrenamtliche Helfer sich Mühe gemacht und haben da mal einiges an neuen Texten geschrieben weil wir einfach in der Sackgasse steckten wir kommen nicht weiter wenn wir die Gehirnwäsche und Manipulationen in uns nicht als erstes thematisieren weil uns dann die Leute als Lobbyisten wieder willen in mehr oder weniger aggressiver Weise ihr verzerrtes unrealistisches Weltbild bestehend bestehend aus den vorteilbringenden Irrtümern vieler Sparten um die Ohren hauen und dann unser Weltbild nicht richtig an sich ranlassen dann danach erst können wir uns dem Weltmitbild öffnen zum Beispiel mit dem Stiftung mit der Ausweitung des Stiftung Wahrens Testprinzips auf alles so der Mensch von heute das neue Wissen das der Abschluss der Aufklärung das neue naturwissenschaftliche Menschenbild ist also dass Menschen heutzutage Wesen sind die sich so verhalten als ob sie von allen Sparten viel Geld bezahlt oder von allen Sparten bezahlt würden mit viel Geld für Lobbyistendienste genau so kämpfen die Menschen für die vorteilbringenden Irrtümer der Sparten natürlich ganz besonders ihre eigenen Sparte und das ist und da unsere Gesellschaft ja immer mehr aufgehetzt wird zur Aggressionsbereitschaft und Gewaltbereitschaft wird man da eben sehr schnell auch sehr ruppig dann bei der Lobbyistentätigkeit eigentlich ganz einfach der Mensch von heute ist voll von vorteilbringenden Irrtümern und ist damit Multiplikator aller vorteilbringenden Irrtümer aller Sparten die er glaubt und terrorisiert entsprechend alle anderen ja das heißt der Mensch von heute terrorisiert als Lobbyist wider willen ohne Bewusstheit in nicht bewusster Weise terrorisiert er alle anderen Mitmenschen und fordert sie sogar auf 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 das Menschenrecht auf körperliche Unversehrtheit zu verzichten und sich selbst Körperverletzung zufügen zu sollen mit dem Pseudo Argument der Rücksichtnahme mit dem mit diesem Pseudo Argument der Rücksichtnahme kann man letztendlich am Ende es auch rechtfertigen dass die Polizei mit der Maschinenpistole vor der Tür steht und sagt sie sie müssen doch Rücksicht nehmen unser Prinzip in der Gesellschaft heißt doch Rücksichtnahme Vergessen sie ihr Menschenrecht auf körperliche Unversehrtheit sie sind stark andere sind schwach sie müssen jetzt eine Niere spenden oder ein Stück ihrer Leber oder irgendwas anderes denn dieses Prinzip Solidarität heißt jetzt bei uns das Motto dass dabei das eigentliche die eigentliche profitierende Instanz ausschließlich die Gesundheitssparten sind die sich an so einer Praxis duslich und dämlich verdienen das ist dann allen Beteiligten eben nicht bewusst weil sie eben die vorteilbringenden Irrtümer ja glauben und für sinnvoll halten dabei gibt es ganz andere Möglichkeiten den Schwachen zu helfen ohne das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit das Menschenrecht auf körperliche Unversehrtheit aushebeln zu müssen ja aber genau das sind halt die vorteilbringenden Irrtümer der Gesundheitssparten das nämlich sie den solidariten zu den vorteilbringenden Irrtümern der Gesundheitssparten gehört es den Solidaritätsgedanken immer stärker auszubauen dieses Argument du bist so stark sie sind so schwach aus Rücksicht musst du jetzt das spenden oder das spenden oder du musst jetzt akzeptieren dass bei dir eine Körperverletzung vorgenommen wird oder dass du Dinge tun musst die irgendwo auch deine Gesundheit und dein Wohlbefinden beeinträchtigen eben mit Rücksichtnahme auf die anderen denn sonst könnte man ja sagen jeder soll sich mal gefälligst um seine eigene Gesundheit kümmern und wenn jemand denkt dass andere für ihn gefährlich sein sollten könnten dann sollte er sich sozusagen dann eben lieber in einem geschützten Raum oder im geschützten Bereich aufhalten auf der anderen Seite hat das wahrscheinlich schon gewisse Grenzen wenn es wirklich so wäre dass man wirklich jetzt hoch infektiöse schwerst erkrankte Personen hat die angeblich wirklich hoch infektions sind infektiös sind dann kann man natürlich mal über eine Quarantäne nachdenken zum Schutze der anderen aber das sollte eigentlich nicht von Gesundheitsspartlern entschieden werden sondern besser von auf den staatverpflichteten und vereiterten neutralen nicht gewinnbeteiligten Biologen die also sagen ja also dieser mensch könnte wirklich infektiös sein es reicht es ist jetzt einfacher wenn man den einen menschen mal eine zeitlang in die Quarantäne nimmt als dass man der Gesellschaft anredt vorsichtig zu sein und auf der Hut zu sein da kann man das mal machen aber diese Ausweitung dass man also quasi sagt man nimmt jetzt einfach auf Verdacht alle Menschen in Quarantäne da ist es dann also eben ist man in dem Bereich dass man damit ja schon wieder Menschenrechte aushebelt und das scheint nicht mehr verhältnismäßig zu sein denn verhältnismäßig wäre jemand ist schwerst erkrankt ist bettlägerig hoch ansteckend und das wird von biologen neutralen biologen tatsächlich bestätigt und so weiter und dann diese einzelnen Menschen in Quarantäne zu stecken das damit kann man darüber kann man nachdenken dafür kann man offen sein aber für das was das Geschäftsmodell heute der Gesundheitssparten geht da weit drüber hinaus und das sollte man diskutieren ja dann lese ich jetzt mal gucken wir uns mal die neue Homepage an also hier was was heißt neue Homepage es ist nur ein paar neue Texte und ein bisschen aufgeräumt worden Vorwort zur Stellungnahme weil ein Vorwort erforderlich wurde weil wir eben diese Erfahrung gemacht haben es hat keinen Sinn die Leute gleich über das neue naturwissenschaftliche Weltbild als Abschluss der Aufklärung zu mit denen darüber zu reden sondern wir müssen als erstes über das neue Menschenbild als Abschluss der Epoche der Aufklärung den Menschenbildsanteil sprechen ich lese mal vor ich denke sie können es auch mitlesen aber ich lese mal vor das Endergebnis der Epoche der Aufklärung der Mensch von heute ist ein Lobbyist wider Willen aller möglichen Sparten der Gesellschaft mit einem LWWW Lobbyist wieder Willen Weltbild bis zum 5.5 also bis heute bis zum 5.5 21 machten wir den Fehler vom Endergebnis der Epoche der Aufklärung das neue Weltbild zuerst mitzuteilen besser dürfte es sein dass neue Menschenbild zuerst zu nennen der Mensch von heute ist ein Lobbyist wider Willen so wie ein Lobbyist von Nahrungs oder Pharma Industrie jedes realistische Weltbild sofort bekämpfen muss durch ein Weltbild in dem es angeblich nur mehr Gentechnik Glyphosat Chemotherapie in Operationen Impfungen und so weiter braucht um alle Probleme zu lösen genauso ist der Mensch von heute ein zusammengestückelter Lobbyist wie der Willen ganz vieler Spaten und bekämpft jedes realistischere Weltbild sofort mit seinem LWWW Lobbyist wie der Willen Weltbild Schluck Wasser genauso wie wir uns selbst immer wieder fragen sollten und wir hier bei den Next Scientists for Future tun das ständig genauso wie wir uns selbst immer wieder fragen sollten sind meine Reform sind mein Reform Konzept und Weltbild die Folge von Vorteil bringenden Irrtümern auch von Spaten besonders auch meiner eigenen Spate sollten wir die Gesprächspartner anregen diese Frage auch in die Runde zu stellen also wo bin ich ein Lobbyist wie der Willen wo ist mein Weltbild ein LWWW ein Lobbyist wie der Willen Weltbild Fragezeichen und erst danach sollte man Aspekte des Weltbildes ansprechen zum Beispiel die Ausweitung des Stiftung Warentest Prinzips auf alles wir alle lieben es wenn uns die Qual der Wahl erleichtert wird durch eine Rangliste mit Preis-Leistungsvergleichen einer hoffentlich unbestechlichen Stiftung Warentest ich selbst persönlich bedauere es sehr dass es also quasi im Internet nur noch betrügerische Ranglisten gibt aber keine nicht betrügerischen und deswegen brauchen wir sowas natürlich aus in staatlicher Hand überwacht vom Bundeskriminalamt und so weiter also wir brauchen also eigentlich eine staatliche unbestechliche Stiftung Warentest für alles also wenn ich heute irgendwas einkaufen will weiß ich mittlerweile überall wo ich rumklicke kriege ich keine realistische Information über ein Produkt überhaupt noch weil das mittlerweile so ist dass viele Produkthersteller sich quasi positive Bewertungen kaufen und so ist dann also alles unbrauchbar aber das Ideal einer unbestechlichen Stiftung Warentest kennen wir alle noch wo man sich eventuell wirklich darauf verlassen konnte dass einem wirklich eine Erleichterung bei der Qual der Wahl bei der Kaufentscheidung gemacht wurde ja ja also alle wir alle wir lieben das alles zumindest diese Idee einer unbestechlichen Stiftung Warentest aber seit der Erfindung von Tauschhandel Tauschhandel Markt und Arbeitsteilung vor circa 400.000 bis vor 140.000 Jahren irgendwo da muss das erfunden worden sein glaubten wir fälschlicherweise solche Ranglisten weder für Dienstleistungen von Politikern Parteien Medien Journalisten Ärzten Altenheim Supermarkt Kiosk und Restaurantleitern Staats- und Rechtsanwälten Richtern Polizisten Arbeitsamtmitarbeitern Sozialberuflern Apotheken noch von irgendeiner anderen Sparte von irgendeinem anderen Teilbereich der Gesellschaft zu brauchen weil sie doch alle von sich aus aus moralischen Gründen das Gute tun würden dabei konnten sie in Wahrheit viel mehr profitieren wenn sie vor ihrem Bewusstsein versteckt hinter Rationalisierungen mit vorteilbringenden Irrtümern das schlechte Taten also Profite auf Kosten der Menschheit erzielten ich lese es nochmal ohne die Klammer dabei konnten sie in Wahrheit viel mehr profitieren wenn sie das schlechte Taten also Profite auf Kosten der Menschheit erzielten es gab also einfach mehr Beute wenn das Bewusstsein nachgab und sagte ich glaube ich tue Gutes ich bin überzeugt ich tue Gutes aber das faktische Handeln tatsächlich schlecht war schädlich war dann konnte man Profite machen und trotzdem ein gutes Gewissen haben man konnte in den Spiegel schauen und das ist das neue Menschenbild dass die Psyche genau so funktioniert das ist die einzige echte Psychologie die einzige naturwissenschaftliche echte Psychologie die einzige Psychologie der Aufklärung die einzige Psychobiologie Biopsychologie Evolutionspsychologie die Bestand hat und Gültigkeit hat die Psyche der Menschen ist biegsam es kommt dazu dass Irrtümer entstehen und wenn sich ein Irrtum vorteilbringend erweist dann glaubt man den dann glaubt man Gutes zu tun tut das Schlechte schade den Mitmenschen erzielt Profite erzielt Beute und erzielt Profite auf Kosten der Menschheit das ist der Mechanismus das haben wir ja schon Millionen Mal beschrieben jetzt es wird Zeit zu begreifen dass wir Ranglisten für alle und alles brauchen gemäß der Förderung von Gesundheit Langlebigkeit Wohlfühlen und Wohlstand von uns Wählerinnen ähnlich wie es die Stiftung Warentest für Waren macht das heißt wir müssen gucken welcher Supermarktleiter fördert bei seinen Kunden besser als ein anderer durch die Art wie er die Waren anpreist zusammen mit einer wie er sie konstelliert wie er sie aufbaut wie er sie zusammen mit einer Ernährungsberaterin anbietet und berät und so weiter und je nachdem wie sich Gesundheit Langlebigkeit Wohlfühlen und Wohlstand in dem Falle nur Gesundheit Langlebigkeit und Wohlfühlen von den Kunden entwickeln nur wenn die sich diese Dinge sich besser entwickeln als bei den Kunden anderer Marktleiter kriegt er höhere Verdienstzuschüsse als die anderen und dann wird er Marktführer werden und die sozusagen letztendlich auch die Produkte jetzt wir haben jetzt also das Verhalten des Marktleiters mit dem er durch die Gestaltung seines Marktes unsere Gesundheit fördern kann und dann haben wir natürlich auch die einzelnen die sogenannte Herstellerkennung natürlich die einzelnen obersten verantwortlichen Hersteller der einzelnen Produkte sei es Gemüse oder Nutella also irgendwelche Produkte ja das wird natürlich dann auch ausgewertet wie weit die verantwortlichen obersten Hersteller sozusagen auch wieder Gesundheit Langlebigkeit und Wohlfühlen der Kunden fördern man untersucht dann einfach wie sich die Kunden entwickeln die häufig Produkte eines bestimmten Herstellers konsumieren ja oder kaufen ja und dann sieht man und dann gibt es Verdienstzuschüsse nur noch für die die eben gesundheitsförderliche Produkte verkaufen ja so so das war das eine neue alles andere ist jetzt alt das kennen sie schon wikipedia professor richard dorkins jetzt gehen wir jetzt geht es so ein bisschen noch weiter mit dem Weltbild schon das mit dem Stiftung Warentest war ja Weltbild aber entscheidend ist dass wir immer erst über das Menschenbild sprechen müssen dann erst über das Weltbild immer erst Menschenbild dann erst Weltbild ja das muss ich direkt mal aufschreiben weil es so wichtig ist immer erst Menschenbild besprechen dann erst Weltbild denn sonst kommen wir nicht weiter beim Weltbild knallen uns dann die Lobbyisten wieder Willen ihr Lobbyisten Weltbild um die Ohren und wir kommen nicht weiter also erst müssen die Leute sich selbst fragen ja hoppla ich sollte mich mal hinterfragen vielleicht sind ja ist mein Weltbild ja eigentlich ein Lobbyisten wieder Willen Weltbild so und dann haben wir das hier dann haben wir nur noch glaube ich nur noch hier was Neues das ist hier das die alten Texte mal ein bisschen geordnet ja also Gesellschaft kann nicht funktionieren ohne starke positive Anreize das was ich eben geschildert habe Stiftung also Ausweitung des Stiftung Warenprinzips auf alles das heißt auf jeden Teilaspekt der Gesellschaft auf jede Sparte das Konzept der starken positiven Anreize der starken positiven Belohnungen Karrieremöglichkeiten und so weiter Verdienstzuschüsse nur für gutes Tun noch ja das ist ja unser Grundkonzept das sind die alten Texte dann haben wir hier die Stellungnahme das ist eigentlich alles unverändert geblieben dann haben wir hier noch hier wir hatten ja als vierten Punkt der Alleinstellungsmerkmale der Next Scientist für Future die Viad die Psychotherapie der Zukunft Vorteilbringende Irrtümer Abbautherapie neues Menschenbild der Mensch von heute jetzt ist es neu fünftens neues Menschenbild der Mensch von heute ist ein Lobbyist wie der Willen mit einem LWW Lobbyist wie der Willen Weltbild randvoll mit Vorteilbringenden Irrtümern deswegen ist eigentlich jedes Gespräch muss also quasi mit Viad beginnen ja wir können es ja auch nennen Vorteilbringende Irrtümer Abbautechnik bleiben wir erst mal bei dem Namen Therapie aber eigentlich ist es ja nur nur eine Gesprächsinhalt und eine Gesprächstechnik ja und dann die Nummer 6 die Ausweitung des Stiftung Warentest Prinzips auf alle Dienstleistungen beziehungsweise Sparten also auch auf behördliche Dienstleistungen und so weiter auf alle Dienstleistungen Behörden und Sparten und so weiter ja also das ist auf alle ja alles ja ich glaube das war es was neu ist hier da können wir wieder zurück so und dann ja dann können wir also hier noch mal kurz sagen also ich fasse zusammen das Endergebnis der Epoche der Aufklärung der wichtigste Teil des Endergebnisses der Epoche der Aufklärung die Aufklärung wo für uns die wichtigsten Meilensteine waren Copernicus Kepler Galilei Newton Mendel Mendel Darwin Darwin Wallace Dawkins Weltrat und Next Scientists for Future Weltrat und Next Scientists for Future als die Abschließer oder die Hersteller des Endergebnisses der Aufklärung der wissenschaftlichen Aufklärung Ja eine dicke Aussage des Menschenbilds ist wie leitet der neue Satz immer erst Menschenbild besprechen dann erst Weltbild weil man sonst immer mit dem Lobbyisten Weltbild aneinander gerät also Schluck Wasser Der Mensch von heute ist ein Lobbyist wie der Willen aller möglichen Sparten mit LWWW Lobbyist wie der Willen Weltbild und auch bei den eigenen Vorteil bringenden Irrtümer seiner eigenen Sparte ist der Mensch ja auch irgendwo Lobbyist wie der Willen denn er ist sich ja gar nicht bewusst und will ja eigentlich gar nicht dem Rest der Gesellschaft schaden und darauf Profit machen auf Kosten der Mitmenschen insofern ist er umfassend eigentlich Lobbyist wider Willen weil alles was dort abläuft ihm nicht bewusst ist der wahre Charakter des Ablaufes ist ihm nicht bewusst und insofern die die vorteilbringenden Irrtümer wirken ja quasi im freudschen Sinne als Rationalisierung also das was er empfiehlt ich mache mal das Beispiel die Sozialsparten empfehlen den Mindestlohn und haben dafür alle möglichen Begründungen das nennt man Rationalisierungen in Wahrheit führt der Mindestlohn wie Professor Professor Hans-Werner Sinn ja richtig aufgezeigt hat führt der Mindestlohn zu begünstigter Massenarbeitslosigkeit das führt also zu mehr Sozialfällen zu mehr Dauerarbeitslosen Langzeitarbeitslosen und daran können sich dann die Sozialspartler wieder bereichern und viel Geld verdienen in der Betreuung dieser Sozialfälle und die Rationalisierung ist quasi ja der vorteilbringende Irrtum dass Mindestlöhne gut sein und soziale Politik sein linke Politik sein was genau das Gegenteil ist der Fall das ist asoziale Politik aber dieser vorteilbringende Irrtum dass das soziale Politik sei das wirkt quasi als Rationalisierung sodass es ihnen selbst nicht bewusst ist dass sie damit allen Menschen nur Schaden zufügen und die einzigen die davon profitieren sie selber sind und insofern ist auch derjenige der die vorteilbringenden Irrtümer seiner eigenen Sparte vertritt ist auch in diesem Sinne ein Lobbyist wie der Willen weil es keine bewusste Wille und keine bewusste Absicht ist anderen zu schaden und damit ist das auch eine Absage natürlich an die Verschwörungstheoretiker es gibt sicherlich einige lügende kriminelle Menschen die sich wirklich vielleicht sogar verschwören mit anderen zusammen das gibt es sicherlich ab und zu aber die Masse der Menschen die Masse der 8 Milliarden Menschen ist einfach nur ein Lobbyist wie der Willen und ist deswegen umso gefährlicher weil er ja überhaupt keine Hemmungen hat ja weil er sich ja im Besitz der Wahrheit wehnt wenn er vorteilbringende Irrtümer ausstreut und wenn er andere Menschen terrorisiert mit seiner vermeintlichen Wahrheit ist er sich ja keiner schuldbewusst und wird deswegen völlig ungehemmt andere Menschen terrorisieren und wird deswegen riesige Schäden anrichten also der gefährlichste Mensch überhaupt viel gefährlicher als der bewusste Verbrecher ist der ist der Lobbyist wie der Willen dem gar nicht bewusst ist dass er uns alle umbringt mit seinen Irrtümern und so weiter ja das ist viel gefährlicher ja Tschüssi bis bald geht und da Das war's.